Ja, egal. Hauptsache, so wie du reinhackst, das sieht gut aus. Oh nein, da steht er schon wieder von der Box. Oh nein, da steht er schon wieder von der Box. Oh nein, da steht er schon wieder von der Box. Oh nein, da steht er schon wieder von der Box. Also Geld, also Kohle, also Cash. Bitte komm runter von deinem faulen Ass. Und klick auf startnext.de slash flownemouth. Oh nein, da kannst du dir ne Platte kaufen. Eine neue oder auch eine alte. Oder du buchst dir ein Konzert. Yeah, das ist wirklich jeden Cent wert. Und dieses Video wird schon ziemlich lang. Aber ich bitte meine Crowd, unterstütze dieses Programm. Denn es ist geschlossene Gesellschaft im Funky-Dream-Mate. Und wenn ihr nicht einzahlt, dann passiert das nicht. Aber wenn ihr dabei seid, seid ihr richtig gut drauf. Ich wasch die Pederlust nicht und sag jetzt, schalt bitte aus. Oh yeah.